Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten RPG Maker MZ Tutorial. Der RPG Maker kam heute raus und ich habe mich jetzt hier so die letzten, sagen wir mal, 45 Minuten circa, ein bisschen eingearbeitet mit dem RPG Maker MZ. Und werde euch jetzt mal ein kleines Tutorial aufnehmen. Ich habe bereits Erfahrung mit dem RPG Maker MW und mit dem RPG Maker XP, darum ist das eigentlich alles kein Problem. Ihr könnt auch, wenn ihr dazu Tutorials wollt, auch in meinen Kanal reingucken. Den ganzen RPG Maker könnt ihr auf Steam kaufen, aber ihr könnt auch vorher, und das wäre vielleicht eine Empfehlung von mir, wenn ihr noch keine Erfahrung mit dem RPG Maker habt, eine kostenlose Testversion herunterladen. Die ist komplett kostenlos, habe ich noch nicht probiert runterzuladen, aber ich denke mal, wird funktionieren. Mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Wenn ihr den kaufen wollt, drückt hier auf Buy it on Steam, da klickt ihr jetzt einfach drauf und dann kommt ihr auf die Steam Seite. Der Link zu dieser Seite, den werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und dort könnt ihr, wie gesagt, die Demo-Version kostenlos herunterladen und das Ganze dann auch auf Steam finden. Einfach draufklicken und schon seid ihr bei Steam. Ich mache mal hier den Livestream zu. Und hier habt ihr auf jeden Fall den RPG Maker im Set, aber ihr könnt auch andere RPG Maker auf Steam kaufen. Gebt einfach in die Suche RPG Maker ein. Und da werdet ihr sehen, einige RPG Maker sind deutlich günstiger. Also wenn ihr den RPG Maker im Set euch nicht leisten könnt, unter Umständen, weil ihr noch Schüler seid oder nicht so viel Geld ausgeben wollt für so ein, sagen wir mal, für so ein beiläufiges Hobby. Gar kein Problem. Zum Beispiel der MV, der Vorgänger, der auch sehr gut ist, kostet nur 14,80 Euro. Habe ich auch Tutorials auf meinem Kanal und das meiste, was mit dem RPG Maker im Set geht, geht auch mit dem MV. Nicht alles, aber das meiste. Also der RPG Maker MV ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Kann ich auch empfehlen. Oder auch den RPG Maker XP habe ich lange genutzt, bis ich dann auf den MV gewechselt bin. Der kostet derzeit im Sale nur 3 Euro, ähm, äh, Entschuldigung, 2,30 Euro circa. Das ist auf jeden Fall so gut wie gar nichts im Vergleich zu den 61,19 Euro. Aber auch der MV wird, denke ich mal, im nächsten Sale dann auch günstiger sein. Auf Steam sind immer mal regelmäßig Sales. Wenn gerade kein Sale ist auf Steam, wartet einfach auf den nächsten Sale. Wenn nicht, probiert ihr einfach die Testversion aus des RPG Maker MV, solange bis zum nächsten Sale. Sales sind auf Steam wirklich sehr viele, ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall zu warten. Ihr seht es ja hier, ähm, statt hier 65 Euro kostet der nur 10 Euro, zum Beispiel der RPG Maker VX Ace. Und das ist wirklich eine extreme Ersparnis. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, auf die Sales zu warten. Und wenn ihr nicht warten wollt, kauft einfach und dann ist auch in Ordnung. Ist ja kein Problem. Gut, aber kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt auch eine Steam-Gruppe, ähm, für den RPG Maker MZ, aber auch RPG Maker MV und RPG Maker VX Ace ist dort vertreten. Und da könnt ihr euch mit mir austauschen. Ich bin dort auch Mitglied. Unter Mitgliedern bin ich dort zu finden. Ich bin sogar Moderator. Yay! Ähm, und es gibt natürlich auch noch andere Kontaktmöglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und da sind alle in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben und Fragen stellen, falls es irgendwelche Fragen gibt. Aber ich würde mich freuen, wenn ich euch in dieser RPG Maker Steam-Gruppe sehe. Das fände ich eigentlich ziemlich cool. Gut, dann fangen wir eigentlich direkt an mit dem RPG Maker MZ. Ich denke mal, soweit habe ich alles gesagt. Ups, das war mein Desktop. Das war der RPG Maker. So, ich denke mal, ich habe soweit alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wir fangen direkt an mit dem RPG Maker. So, wir sind im RPG Maker. So sieht der in etwa aus, wenn ihr den startet. Ich denke mal, eigentlich ziemlich genau gleich. Ihr könnt ihn aber auch auf das Dark Design stellen. Unter Werkzeuge, Option, könnt ihr hier unter UI das Thema auf Dunkel stellen. Und dann habt ihr das Ganze auf Dunkel. Oder ihr könnt es auf Kontrastreich Weiß stellen. Aber um Gottes Willen, dann kriege ich Augenkrebs oder Kontrastreich Schwarz. Aber ich verwende Standard. Aber ihr könnt auch gut und gerne das dunkle Thema verwenden, wie ihr möchtet. Ich verwende Standard. Spielt für mich nämlich gar keine Rolle. So, okay. Und Ende. Dann fangen wir an. Wir machen ein neues Projekt. Ich klicke hier entweder auf dieses Symbol hier, neues Projekt. Oder unter Datei, neues Projekt. Oder Ctrl N, also Steuerung und N drücken. Kommt alles aufs Gleiche hinaus. Ihr landet in diesem Fenster. Dieses Fenster ist nicht so kompliziert. Ihr könnt im Grunde den Projektnamen eingeben. Den Spieltitel eingeben. Und den Speicherort, wo das Projekt gespeichert werden soll, auswählen. Wir geben unter Namen jetzt einfach Tutorial ein. Könnt ihr auch machen. Dann könnt ihr gleich mitmachen. So, also wenn ihr die Demo-Version runtergeladen habt. Oder die Vollversion. Dann könnt ihr eigentlich direkt hier an dieser Stelle einsteigen und mitmachen. So. Spieltitel könnt ihr auch separat eingeben. Ihr könnt dann auch was anderes eingeben. Zum Beispiel DonF204. Tutorial. Tutorial zum Beispiel. Oder einfach mein Spiel. Oder was auch immer. Oder Tales of DonF. Okay. Aber wir lassen hier einfach Tutorial drin. Aber ihr könnt Spieltitel und Projektnamen getrennt voneinander bearbeiten. Sehr praktisch. So. Speicherort lasse ich und drücke auf OK. Anschließend wird das Projekt erstellt. Es werden alle verfügbaren Grafiken und Sounddateien in das Projekt kopiert. und wir landen in unserem ersten Projekt. Wir fangen in diesem Tutorial an mit dem Mapping. Mit dem Erstellen von Karten für unser Spiel. Weil das ist das im Grunde, was die Spieler quasi mehr oder weniger als erstes sehen. Unsere Maps. Und die sollen ja wenigstens nicht hässlich sein. Sagen wir es mal so. Die müssen nicht unbedingt die schönsten Maps des Universums sein. Aber sie sollten auch nicht hässlich sein. Wir werden uns deswegen in den ersten zwei, drei Videos, habe ich noch nicht ganz festgelegt, werden wir uns auf jeden Fall ums Mapping kümmern. Und fangen in diesem Video an. Zuallererst haben wir genau eine Map. Hier unten steht sie. Map 001. Map ist Englisch, bedeutet Karte. Aber ich denke mal ein bisschen Basiswissen im Englisch haben die meisten. Und wenn nicht, auch kein Problem. Das müsst ihr nicht wissen. Ihr müsst nicht wissen, was die Wörter bedeuten. Im Deutschen, das spielt alles nicht so die Rolle. Ich verwende möglichst die deutschen Begriffe, damit es nicht zu Verwirrung kommt. Aber es kann auch mal passieren, dass mir englische Begriffe rausrutschen. Und das solltet ihr mir verzeihen, falls das mal passiert. Weil ich bin es gewohnt vom Apigymaker XP immer alles auf Englisch zu sagen. Den gab es nämlich nicht auf Deutsch. So. Gut. Wir haben hier eine Map. Unsere allererste Karte. Hier haben wir ein Tileset, ein Kachelset auf Deutsch. Und da haben wir drei verschiedene, bzw. wenn wir noch die Region-ID verwenden wollen, dann haben wir noch einen vierten Reiter. Aber das interessiert uns erstmal gar nicht. Also den ignorieren wir, den Reiter R. Wir haben hier A, B und C. Und wie ihr seht, haben wir hier auf jeden Fall den Untergrund. Zum Beispiel hier Wüste. Können wir gleich direkt hier draufklicken und hier loszeichnen, malen, was auch immer. Gut. Wie ihr seht, geht ratzefatz. Hier oben haben wir einen Zurückpfeil. Können wir alles rückgängig machen. Und wir haben hier noch andere Tools, zum Beispiel Rechteckwerkzeug zum Aufziehen. Und Kreiswerkzeug oder Füllwerkzeug. Eigentlich ganz einfach. Und hier haben wir dann wieder zurück den Bleistift, um einzelne Felder, ähm, einzelne Kacheln sozusagen zu bepinseln. So. Und dann haben wir hier, wie gesagt, das Kachelset. Dann haben wir hier auch Wasser, etc. pp. Das ist für die Weltkarte das Kachelset. Da können wir dann auch Städte platzieren. Jetzt haben wir hier eine kleine Insel. Machen wir mal ein paar Bäume noch drauf. Zack. Ein bisschen Gebirge hier noch hin. Hier. So. Nur rein jetzt erstmal nur zu Demonstrationszwecken. Wir erstellen gleich eine richtige Map. Und die wird dann richtig schön. Werdet ihr sehen. So. Dann können wir hier noch ein paar Städte platzieren. Und haben quasi unsere erste Weltkarte erstellt. Sieht doch ganz hübsch aus. Nein, tut's nicht. Aber, ähm, wie gesagt, ähm, zu Demonstrationszwecken reicht das jetzt erstmal. Wir machen jetzt wirklich eine richtig, richtig hübsche Map. Gut. Aber wie machen wir das Ganze? Das ist eigentlich nicht so schwierig. Wir erstellen erstmal eine neue Map. Wir machen erstmal eine zweite und belassen erstmal die Weltkarte so wie sie ist. Wir machen eine zweite Map. Wir klicken hier rechts auf Tutorial. Und dann hier auf Neu. Oder Return wäre dann die Enter-Taste. Also wir können auch einfach die Enter-Taste drücken. Und dann landen wir in diesem Bildschirm. Oder wir machen rechtsklick auf Neu. Landen wir auch in diesem Bildschirm. Das sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus. Ist es aber am Ende gar nicht. Hier gebt ihr den Map-Namen ein. Da geben wir jetzt ein, ja, weiß ich nicht. Ich nenne die Map jetzt einfach Tutorial-Map. Tutorial-Map 01. Hier könnt ihr einstellen, welcher Name angezeigt werden soll, wenn man die Map betritt. Also, wenn der Spieler auf die Map kommt, könnte zum Beispiel dort stehen Feenwald oder so. Wenn wir einen Feenwald machen oder, ähm, keine Ahnung, Village 308 oder so. Ich weiß es nicht. Prismania City. Ihr wisst schon, was ich meine. Also hier gebt ihr einfach einen Namen ein oder Vulkan des Grauens oder so, welcher angezeigt werden soll. Und das könnt ihr auch wieder getrennt bearbeiten. Also ihr könnt die Map anders nennen, als sie am Ende angezeigt wird in-game. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr einen Wald aus verschiedenen Maps macht, beispielsweise, dann könntet ihr Wald 01 machen, aber hier immer Wald reinschreiben. Dann wird immer Wald angezeigt und ihr könnt trotzdem dann mehrere Wälder machen, zum Beispiel dann bis 04, 05, etc. Und der Name, der angezeigt wird in-game, ist dann immer derselbe. So, das lassen wir jetzt aber weg. Das brauchen wir nicht. Wir nennen die Map einfach Tutorial Map 01. So, dann können wir hier ein Kachelset aussuchen. Außenwelt ist die Weltkarte. Draußen ist dann alles, was draußen ist, ist klar. Ähm, drinnen ist alles, was drinnen ist. Dungeons ist klar, das sind die Verliese im Deutschen dann. Ähm, die Dungeons halt. Ähm, SF steht für Sci-Fi draußen und drinnen. Wir können auch Sci-Fi-Städte machen. Gucken wir uns nachher mal an vielleicht. Oder dann im zweiten, dritten Mapping-Tutorial. Ist nicht so wichtig jetzt erstmal. Wir wählen das zweite draußen. Hier können wir eine Breite und eine Höhe der Map einstellen. Wir machen die Map ein bisschen größer, würde ich sagen. Wir machen sie mal. Machen wir sie mal. Also, hier die Standard-Einstellungen 17 und 13 füllt dann genau einmal den Spielbildschirm aus. Und wir machen sie mal ein bisschen größer. Dann könnt ihr auch ein bisschen sehen, wie die Map da ein bisschen scrollt. Ähm, nach links und rechts. Das ist eigentlich ziemlich cool, denke ich mal, dass ihr das mal gesehen habt. So, die Höhe lassen wir jetzt. Spielt jetzt für uns keine Rolle. Scroll-Typ Schleife. Das, ähm, ist dazu da, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Weltkarte macht. Dann, wenn ihr ganz rechts angekommen seid mit der Figur, dass ihr dann wieder links quasi eine Runde um die ganze Erde, ähm, gelaufen seid. Dass ihr dann wieder links ankommt. Kann man auch für Videosequenzen nehmen. Da kann man so einen endlosen Waldpfad machen. Ist auch ziemlich praktisch. Ähm, und, ähm, wie gesagt, das ist dann quasi eine Schleife, die sich dann immer wiederholt. Wenn man rechts ankommt, ist man wieder links und umgekehrt. Oder oben und unten, etc. pp. Gut. Brauchen wir jetzt aber für unseren Fall nicht. Aber ist halt wirklich wichtig für, ähm, Videosequenzen zum Beispiel. Oder für, ähm, wie gesagt, die Weltkarte. Hier könnt ihr noch Musik einstellen. Ich habe jetzt bei mir die Musik, ähm, jetzt mal hier deaktiviert. Aber ihr könnt hier Musik auswählen. Ähm, BGM heißt Background Music. Also Hintergrundmusik. Hier könnt ihr dann Hintergrundmusik aussuchen. Könnt ihr dann einfach das Häkchen setzen. Hier dann einfach einen Song aussuchen. Ihr könnt auch eigene, ähm, Melodien, ähm, einfügen. Aber das machen wir dann vielleicht ein andermal. Machen wir heute nicht. Das würde dann den Rahmen des Videos hier sprengen. Aber massiv sprengen. So. Hier könnt ihr dann Lautstärke einstellen. Tonhöhe. Ihr könnt den Ton nach, ähm, oben oder unten, äh, pitchen. Ziemlich cool. Und auch die Ausrichtung rechts, links, die Lautsprecher. Ähm, lassen wir aber. Wir machen keine Musik. Hier habt ihr Background Sounds. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Feuer. Falls ihr in einem brennenden, äh, in einem brennenden Dorf seid oder so. Oder Regen habt ihr hier, ähm, Wasserfall. Ihr habt hier wirklich viel Wind, Wellen. Weil, wenn ihr am Meer seid, also das sind irgendwelche Background Sounds. Also wenn ihr zum Beispiel, ähm, am Meer seid. Ihr habt eine schöne Map am Meer gemacht. Dann habt ihr ein bisschen hier, ähm, bisschen, dd-d-d-d-d-d. Hier ein bisschen Wellen Sounds. Das ist doch voll cool eigentlich am Ende. Das ist doch schön. Oder wenn ihr, äh, in einem Gebäude seid. In einem, in einer Kneipe oder so. Habt ihr hier People. Also Menschengeräusche. Von sprechenden Menschen etc. PP. So. Gut. Gut, Kampfhintergrund festlegen und so, das machen wir ein andermal. Hier könnt ihr auch Rennen deaktivieren. Mit der Shift-Taste können die Spieler rennen und mit Shift könnt ihr das hier deaktivieren. Dann könnt ihr auf der Map nicht rennen. Parallax-Hintergrund kümmern wir uns ein andermal. Hinweise, hier könnt ihr noch beliebige Hinweise eingeben. Also das wird dann nicht in-game angezeigt, hat auch keinerlei Bedeutung. Das ist nur für euch, damit ihr dann vielleicht, wenn ihr 100, 200, 300 Maps habt, dass ihr noch durchseht, habt ihr hier ein paar Hinweise. Ihr könnt auch vielleicht noch ein paar Dinge reinschreiben, die ihr vielleicht noch ergänzen wollt auf den Maps. Zum Beispiel, wenn irgendwelche NPCs, also irgendwelche Nicht-Spieler-Charakter, noch nicht komplett fertig sind, könnt ihr euch das hier notieren und könnt dann einfach auf OK drücken. Und dann haben wir unsere erste Map. Wie ihr seht, sie ist breiter als hoch. Das haben wir ja gewollt. Wir haben ja hier 25 Breite und 13 Höhe. Genau das, was wir wollten. Wir haben ja auch ein anderes Kachelset als hier. Hier haben wir, wie gesagt, die Weltkarte. Und hier sieht man auf C übrigens noch ein paar Sci-Fi-Elemente, wollte ich nur mal noch mal nebenbei erwähnt haben. Straßen und irgendwelche anderen Häuser. Also das ist auch auf jeden Fall möglich, wie gesagt. Gut, kommen wir aber zurück zu unserer Map. Wir wollen eine Outdoor-Map machen. Gut, fangen wir an. Wir machen als erstes mal den Boden zu Gras, nehmen den Fülleimer, wählen hier das Gras aus, klicken einmal auf die Map und dann ist sie komplett ausgefüllt. Das ist eigentlich ziemlich cool, einfach, ihr habt gesehen, blitzschnell. Kein Thema. Wir drücken mal auf Speichern, immer schön zwischenspeichern oder mit STRG und S. Immer schön zwischenspeichern. Nicht, dass euch der Computer abstürzt, der ABG-Maker abstürzt und dann ist die ganze Arbeit umsonst. Das wäre wirklich ärgerlich. Gut, haben wir das auch getan. Dann werden wir uns mit dem Mapping befassen. Ich möchte hier unten so einen kleinen Fluss machen oder See, was auch immer. Ein bisschen Wasser und hier oben ein bisschen Berg und einen Weg in der Mitte, der von rechts nach links führt oder von links nach rechts, je nachdem von wo der Spieler dann kommt. Nur zu Vorführzwecken. Aber die soll wirklich ein bisschen hübsch sein, die Map. Also ich gebe mir meine allergrößte Mühe, zumindest hier zu Vorführzwecken. Also ich werde jetzt hier nicht stundenlang an der Map sitzen, aber wir werden ein bisschen dran arbeiten. So, ich habe hier oben das Wasser ausgewählt und wie ihr seht, verbindet sich das Wasser automatisch. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das nennt man Autoteils, beziehungsweise automatische Kacheln oder so wäre das dann auf Deutsch. Ich verwendet den englischen Begriff, in dem Fall Autoteils. Wie ihr seht, verbinden sich Flüsse zu ganzen Seen und das ist eigentlich ziemlich cool. Das funktioniert alles vollautomatisch. Hier, ich klicke das einfach weg und zack, weg ist es. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das nennt man Autoteils. Das funktioniert dann vollkommen automatisch. Es verbindet sich alles automatisch. Also wenn ich zwei Felder nebeneinander setze, verbinden die sich. Und wenn ich Abstand habe, verbindet sich das nicht. So, wie ihr seht, und wenn ich jetzt hier dazwischen setze, dann verbindet sich das alles. Und wir haben einen kleinen See. Gut, sollte eigentlich verstanden sein. Ist ja auch nicht so kompliziert. Gut, dann machen wir hier unten schön das Wasser hin. Einfach ein bisschen rummalen. Das macht ihr dann einfach auch in eurem kleinen Tutorial-Projekt. Ist nicht so kompliziert. Ihr seht es ja. Machen wir ein bisschen mehr Wasser. So, also nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Mehr Wasser wäre dann das hier. Sieht ein bisschen anders aus. Aber das wäre mehr Wasser. Also, mehr Wasser im Sinne von mehr. Und nicht im Sinne von viel. So. Aber wir machen das zurückgängig. Zack. Wir wollen einen ganz normalen Fluss. Machen noch ein bisschen hier Schilf oder was das sein soll. Seegras. Ein bisschen rein. Hier, das funktioniert auch vollkommen automatisch hier alles. Hier, das verbindet sich alles vollkommen automatisch und wird zu einer größeren Fläche. Ist echt sehr, sehr praktisch und sehr, sehr schön und sehr verständlich vor allem. Gut. Wie ihr seht, das verbindet sich alles sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir ein bisschen Seegras. Machen wir ein bisschen beliebig. Hier drauf. Und sieht doch ganz hübsch aus eigentlich. Dann haben wir hier noch ein irgendwelches grünes Gelumpe. Keine Ahnung, was das sein soll. Machen wir auch noch ein bisschen hin. Sieht eigentlich ganz schick aus, würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir hier noch Blasen. Das ist auch ziemlich cool, fand ich. Das ist dann auch animiert. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Dazu gehe ich in die eigene Ebene. Das erkläre ich dann in späteren Videos, wofür die genau da ist. Aber das machen wir jetzt mal kurz. Und platzieren hier einfach Rechtsklick. Also wir machen hier Rechtsklick, dann auf das Raster. Startposition festlegen. Und dann Spieler. Dann startet der Spieler hier. Und dann kann ich euch das Ganze mal zeigen. Hier oben ist Spieltest. Und dann können wir das Spiel gleich einfach starten. Und dann seht ihr, wie die Blasen animiert sind. Auch das Wasser ist animiert. Sieht sehr, sehr schön aus auf jeden Fall. Und dann haben wir hier unseren kleinen Fluss. Oder See. Spielt ja keine Rolle. Gut. Wunderbar. Können wir schließen. Und können weiterarbeiten. So. Gehen wir wieder zurück hier in diesen Mapping-Modus. Also das ist der Event-Modus. Oder Ereignis-Modus. Und das ist der Mapping-Modus. Den Ereignis-Modus, wie gesagt, da kümmern wir uns später drum. Jetzt ging es wirklich nur um die Startposition des Spielers. Wie gesagt, einfach Rechtsklick. Startposition festlegen. Ganz unten. Und dann einfach Spieler. Und ihr könnt ja auch Boote platzieren. Aber das machen wir nicht. Aber ihr könnt es tun. Falls ihr das möchtet. Für euer Spiel. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. So. Wir gehen zurück, wie gesagt, in den Mapping-Modus. Und können losmappen. Zuallererst, wie gesagt, habe ich hier den Fluss gemacht. See, was auch immer. Und machen jetzt einen kleinen Weg hin. Der soll hier anfangen. Und dann geht er hier so rüber. Ein bisschen weiter runter noch. So. Zack. Und das übermalen wir einfach wieder ein bisschen mit dem Gras. Ihr könnt auch Rechtsklick machen. Hier zum Beispiel mache ich jetzt Rechtsklick auf den Weg. Und dann kann ich hier direkt loslegen. Oder Rechtsklick auf das Gras. Und dann kann ich das Gras. Also mit Rechtsklick habt ihr so eine Art Pipette. Und dann wird einfach das ausgewählt, was unter dem Viereck ist. Also unter dem Pinsel quasi. Und dann könnt ihr das dann direkt losmachen. Also losmalen. So sieht eigentlich ganz cool aus. Wir haben hier so einen Weg. Der führt hier so runter zum See. Und dann wieder hoch. Und dann wollen wir noch ein bisschen hier ein paar, ähm, bisschen Gras machen. Hohes Gras. Gras haben wir ja schon. Aber wir machen noch ein bisschen hohes Gras. Das findet ihr hier. Und könnt ihr hier ein bisschen hohes Gras noch machen. Einfach ein bisschen beliebig verteilen. So, dass es ein bisschen, ähm, ungleichmäßig aussieht. Also jetzt nicht einfach irgendwie hier zum Beispiel hier habe ich auch hier ein bisschen Seegras gemacht. Hier ein bisschen Seegras. So, dass es ein bisschen natürlich aussieht alles. Das ist sehr wichtig für schöne Maps. Ähm, dass es ein bisschen natürlich aussieht alles. Und nicht alles auf einen Fleck. So, zack hier. Oder, ähm, ja, machen wir es so. Zack, fertig. Wiese. Sieht dann nicht schön aus. Und wie ihr seht, das ist auch vollkommen automatisch hier. Das verbindet sich alles sehr schön automatisch. Das ist wirklich alles total einfach zu verstehen, denke ich mal. Und ich denke mal, die meisten kommen damit klar. Hier mit Rechtsklick könnt ihr übrigens auch so ein Fenster aufziehen. Und dann könnt ihr, ähm, auch größere Objekte verschieben. Beziehungsweise neu platzieren, wenn ihr das möchtet. Ähm, also ein zweites Objekt platzieren. Von dem gleichen Typ. So, ihr habt ja auch verschiedenes Gras. Hier ein bisschen gelblich. Und also so ein bisschen vertrocknet. Und hier auch ein bisschen mit Schnee drauf. Ähm, für verschiedene Maps. Ihr habt ja auch verschiedene Wege. Hier gepflasterte Wege. Und hier auch zum Beispiel, um Platz zu erstellen oder so. Ähm, alles ziemlich cool auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch hier so machen. Also, eure Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wie ihr seht. Ihr könnt auch viel machen. Hier habt ihr einen Zaun. Das ist auch cool. Wenn wir noch ein Stück Zaun machen. Machen wir hier so ein Stück Zaun noch. Machen wir hier unten. Am Wasser. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Oh, ich weiß nicht. Ja, ja. Machen wir hier so ein Stück Zaun. Am Wasser. Sieht eigentlich ganz cool aus. So. Und hier habt ihr auch verschiedene Zäune, wie ihr seht. Also, ihr habt da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ein bisschen Risse im Boden könnt ihr auch machen. Ist jetzt in der Wiese vielleicht nicht so schön. Vielleicht sieht es hier ein bisschen besser aus. Nein, auch nicht. Aber jetzt, ähm, hier in so einer Wüste, ähm, sieht das schon ein bisschen besser aus, wie ihr seht. So. Und hier habt ihr auch andere Sachen. Ähm, hier ein bisschen Moos oder irgendwas, was das auch immer darstellen soll. Ich denke mal Moos. Ähm, ihr habt hier wirklich viele Möglichkeiten. Hier Löcher. Große, viereckige Löcher. Und hier solche Löcher. Also, ihr habt hier wirklich viele Möglichkeiten, ähm, euch auszutoben. Auf jeden Fall. Ja, was wir auch noch machen könnten, wäre, auf jeden Fall im Wasser noch, ähm, da haben wir hier auf dem B-Reiter, haben wir hier irgendwo, ah, hier unten, haben wir hier noch ein paar, ähm, ähm, Seerosenblätter. Das sieht doch wirklich cool aus, oder? Sorgt aber dafür, dass es vielleicht nicht zu überladen ist. Also, es sollte jetzt nicht an jeder Wasser, an jedem Wasserfleck irgendwas sein. Aber auch nicht zu wenig, wenn es einfach nur blau ist, die Fläche, sieht es auch nicht schön aus. Ein bisschen was reinsetzen, so wie ich es gemacht habe, sieht doch ganz cool aus, auf jeden Fall. So, würde ich sagen, sieht eigentlich das Wasser auf jeden Fall schon mal fertig aus. Gut. Dann können wir hier in die, in die Wiese auch ein paar Blumen setzen. Können wir auch machen, zack. Hier, können wir noch ein paar Blumen draufsetzen. Sieht auch cool aus. Ihr könnt die auch daneben setzen, so ist alles kein Problem. Können wir auch noch kleine Grasbüsche machen. Topt euch aus. Ähm, sorgt dafür, dass es wirklich ein bisschen lebendig aussieht, ein bisschen natürlich alles. Und nicht irgendwie so leer und langweilig. Ihr könnt hier auch größere Büsche setzen. Das sieht eigentlich ganz cool aus alles. Natürlich, wie gesagt, nicht komplett überladen, aber auch nicht, wie gesagt, komplett leer. Das sieht halt am Ende wirklich nicht schön aus, wenn es einfach nur leer ist. Ein bisschen was hinsetzen. Ihr findet da schon Mittelmaß. Äh. Und setzt nicht immer die gleichen Objekte. Das ist auch sehr wichtig. Also jetzt nicht immer dieselben Blumen hier hundertmal. Das sieht einfach nicht schön aus. Das sieht wirklich nicht schön aus. Also macht da wirklich ein bisschen Platz dazwischen. Hier, wenn hier eine ist und hier eine, dann stellt das niemanden. Aber wenn jetzt 50 mal dieselbe Blume dann nebeneinander ist, dann ist das einfach nicht mehr schön. Das ist halt einfach nicht. So. Machen wir es so. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, hier das untere Stück sieht doch schon mal top aus. Kümmern wir uns hier um den Berg. Da ist mir im RPG Maker MZ ein kleiner Fehler aufgefallen. Sage ich jetzt an dieser Stelle direkt. Ähm. Den beheben wir dann aber erst im nächsten Video. Weil das sonst zu viel wird für das erste Video, denke ich mal. Wir haben hier nämlich einen kleinen Fehler. Wenn ich einen Berg machen möchte, dann habe ich das Problem. Und das wundert mich ein bisschen, weil das beim MV niemals der Fall war. Aber, dann haben wir hier nämlich, und auch bei anderen RPG Maker habe ich das nie erlebt eigentlich, haben wir hier nämlich diese weißen Ecken. Normalerweise müssten diese transparent sein. Wie gesagt, das Problem kann man leicht beheben. Interessiert uns jetzt erstmal nicht für dieses Video. Im nächsten Video werden wir das aber beheben. Für dieses Video interessiert es uns nicht, weil wir die obere Kante des Berges nicht brauchen. Die brauchen wir nicht. Wir werden nämlich nur die unteren Stücken des Berges verwenden. Dann habt ihr hier wieder so ein Autoteil. Sieht voll schick aus, oder? Am Ende. Oder auch nicht. Warum sieht das nicht so schick aus? Ähm. So. Jetzt sieht es schick aus. Mehr oder weniger. Ich finde, die Berge sehen wirklich nicht so schön aus wie beim RPG Maker MV. Aber ihr könnt, wenn ihr andere RPG Maker besitzt, auch die, ähm, könnt ihr auch die Grafiken von anderen RPG Makern verwenden. Die vom RPG Maker MV sind zu 100% kompatibel. Oder nahezu 100%, ich denke mal, aber eigentlich zu 100%, sollten eigentlich zu 100% kompatibel sein. Ich finde die Berge hier wirklich nicht so schön beim RPG Maker MV. Ja, gefällt mir nicht so. Ist aber, ja, natürlich auch Geschmackssache. So, dann machen wir hier oben ein Plateau drauf. Ungefähr so. Ja, machen wir so. Ungefähr Pi mal Daumen. Machen wir so. Oder? Ja, das sieht auch ganz gut aus eigentlich. So machen wir das. So sieht das gut aus. So. Immer zwei Felder hoch habe ich es jetzt gemacht. Könnt ihr aber beliebig machen, wie ihr das möchtet, wie ihr es für richtig haltet. Ähm. Ja. So sieht es eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Machen wir das mal so. Upsala. Das war ein kleiner Fehler von mir. Fehler meinerseits. Machen wir es mal so, oder? Ja, machen wir es so. So sieht es eigentlich ganz cool aus. Wie gesagt, ist ein bisschen rumprobieren. Und wie es einem am Ende gefällt. Ähm, wie gesagt, das würde jetzt vielleicht auch den Rahmen des Videos sprengen, wenn ich das jetzt wirklich komplett so lange ausarbeite, bis es wirklich, bis ich komplett zufrieden bin. Ähm, das würde den Rahmen des Videos wahrscheinlich ein bisschen sprengen. Deswegen, ähm, habt da ein bisschen nachsehen, wenn es am Ende nicht ganz perfekt aussieht. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. Denke ich mal. So. Dann haben wir das nächste Problem. Das, wenn ich hier oben ein Stück Berg setzen möchte, dass das nicht so richtig funktioniert. Aber dazu gibt es die Shift-Taste. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und dann hier oben ein Stück Berg setze, dann kann ich einfach, wie ihr seht, hier, ähm, auch ein Stück Berg setzen. Alles nicht das Problem. Es ist alles möglich. Vergesst nicht, ihr habt hier die Randstücken, rechts und links. Und hier ein Mittelstück. Also, der Berg besteht immer, kann ich euch nochmal kurz, ähm, zeigen. Der Berg besteht immer aus, im Grunde, diesen sechs Teilen. Die sehen alle unterschiedlich aus, auch wenn es jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Aber ihr habt hier rechts den Schatten, links die Sonnenseite und in der Mitte habt ihr quasi die, ähm, Mittelseite. Das ist hier so ein bisschen nach links gebogen, nach rechts gebogen. Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt, ähm, zum Beispiel so mache, dass das hier nicht richtig, das sieht nicht richtig aus. Es ist einfach falsch. Ihr seht das ja. Das sieht komisch aus, oder? Deswegen immer das Mittelstück auch in die Mitte setzen und das Außenstück auch außen. Wie gesagt, normalerweise funktioniert das vollautomatisch. Beim Shift-Mapping nicht. Aber das ist nicht schlimm. So. Gut. Nur, dass ihr das auch mal gesehen habt, ist auch nicht schlecht, das zu lernen. Man muss am Ende ja auch ein bisschen was lernen. Dazu seid ihr ja hier. Und dann habt ihr hier ein, ups, sorry. Ähm, dann habt ihr hier einen schönen Berg. Zack. Machen wir es so. Zack. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und das Ganze machen wir dann hier auch nochmal. Und dann haben wir hier einen schicken Berg gemacht. Ähm, machen wir es hier ein bisschen anders, weil hier soll der Berg dann so nach rechts weitergehen, ups, nach rechts weitergehen. Und ist nicht, ähm, hier ist nicht die Map zu Ende. Also hier ist sie quasi schon zu Ende, aber hier würde dann ja quasi die nächste Map ansetzen. Und der Berg hört ja nicht hier einfach auf am Rand der Map. Ist ein bisschen schade, dass er es nicht automatisch erkennt. Aber, naja, ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dazu bin ich ja da, um euch das zu sagen. Und zack. Und zack. Schon habt ihr hier einen schicken Berg. Ups, das untere Stück. Nicht vergessen, immer das untere Stück. Hier habt ihr nämlich ein bisschen Gras unten dran, wie ihr seht. Und nicht das obere Stück. Ne, das obere Stück ransetzt. Habt ihr hier einfach eine, ähm, glatte Kante. Das sieht nicht schön aus. So sieht es wesentlich schöner aus. Gut. Ich würde sagen, wir lassen das so. Mit dem Berg. Hier ist es eigentlich ganz hübsch geworden. Würde ich sagen. Können wir so lassen. Wir haben einen kleinen Fehler, sehe ich. Aber, das können wir auch noch beheben. Wir haben den Schatten oben nicht dran. Hier unten haben wir die Schatten. Kein Problem. Dazu ist dieser Schattenstift da. Dann können wir hier so die Schatten wieder ransetzen. So, wie sie hier unten sind. Und wunderbar. Ihr könnt auch so die Schatten setzen. Zack. Hier guckt euch das an. Sieht doch top aus. Wir haben hier so einen schönen Schattenstift. Und damit können wir Schatten setzen. Sieht doch schön aus. Gut. So. Könnt ihr überall setzen. Natürlich müsst ihr immer logisch darüber nachdenken. Wo macht das Sinn, den Schatten zu setzen. Und wo nicht. Gut. Und ihr könnt dann natürlich auch Schatten wegnehmen. Wenn ihr den nicht haben wollt. Gut. Dann machen wir ein paar Bäume. Wir sind auf dem Reiter B. Dann haben wir hier einmal den Baum hier. Ups. Wir sind wieder im Schattenpinsel. Oder immer noch. Wir gehen wieder auf den Buntstift. Einmal den Baum. Und einmal den Baum hier. Die Bäume finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr schick. Ich finde ein bisschen komisch, dass sie ein bisschen unterschiedlich aussehen. Vom Stil her. Ich finde der hier sieht extrem kontrastreich aus. Und der hier verhältnismäßig kontrastarm. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber an sich sehen die Bäume echt top aus. Also da muss ich wirklich sagen, die sehen richtig, richtig bombastisch gut aus. Und wie ihr seht, das ist halt ziemlich cool. Habe ich jetzt fast vergessen zu erklären. Das kann man jetzt an den Bäumen am besten erklären. Ich habe es bei den Blumen schon gemacht. Aber an den Bäumen kann man es am besten erklären. Wenn ich einen Baum setze, wird nicht die Kachel ausgetauscht, die da drunter ist. Er setzt automatisch den Baum über den Berg und über den Boden hier. Und wenn ich mehrere Bäume übereinandersetze, funktioniert das auch sehr gut. Und das funktioniert auch mit allen anderen Bäumen. Zack. Und hier unten ist auch noch eine Palme, falls ihr mal eine Palme braucht. Hier. Wunderschön. Also das finde ich halt sehr, sehr schön. Oder hier der ausgetrocknete Baum. Hier könnt ihr dann auch einfach durchsehen, durch diese Kachel, den Baum, der da drunter ist. Das macht er vollautomatisch. Und ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Manchmal ist es nicht ganz perfekt und ein bisschen fehlerbehaftet. Da kommen wir dann im nächsten Video dazu, wie wir das dann fixen. Wie gesagt, es gibt hier auch noch ein kleines Problem mit dem Berg. Ihr könnt schwören, dass das beim Abiturmaker im Wien nicht war. Wie gesagt, das fixen wir dann auch im nächsten Video. Das soll nicht das Problem sein. Dazu bin ich ja da, um euch zu helfen. Und kleinere Probleme zu fixen für euch. Und hier, dann machen wir ein paar Bäume noch hier hin. So. Immer möglichst versetzt und nicht so hier zack, zack, zack. In so einem Viereck hier. Das sieht einfach nicht schön aus. Auch überhaupt nicht natürlich. Das sieht eher aus wie auf einer Farm. Wir wollen wirklich so, dass die hier so natürlich versetzt aussehen. Das sieht auch wirklich wesentlich schöner aus. Am Ende. Guckt euch das an, wie gut das aussieht am Ende. Oder wie gut das aussehen kann. So. Das sieht doch ganz schick aus. Oder? Also ich finde das schick. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das findet. Dazu sind ja die Kommentare da. So. Wir machen mal den Weg hier nach unten. Zack. Fängt ein bisschen tiefer an. Oh, Mensch. Jetzt hat er mir das schon wieder kaputt gemacht. Das ist das Problem beim Automatik. Bei diesen Autoteils. Macht ja auch gerne mal was kaputt. Aber naja, ist nicht schlimm. Na, und da geht es schon wieder los. Zack. Oh nein. Nicht schlimm. Wie gesagt. Dazu ist es ja da. Oh, jetzt macht es den schon wieder kaputt. Mensch, warum macht ihr denn das? Ups. Nicht schlimm. Wie gesagt. Dann reparieren wir es ein bisschen. Und zack, zack. Weiter geht's. So. Dann platzieren wir hier noch eine schicke Blume. Oben drauf. Nehmen wir die hier. Die sieht cool aus. So, zack. Und dann ist das auch schön. Kommen wir noch ein bisschen, wie sie hier so hin machen. Zack. Also ein bisschen tiefer rasen. Was auch cool ist, was ich noch nicht gezeigt habe. Die Charakter verschwinden dann richtig in dem tiefen Gras. Zur Hälfte. Also ihr könnt auch den Startpunkt übrigens einfach per Drag and Drop. Also einfach anklicken und verschieben. Könnt ihr den auch jederzeit verschieben. Oder einfach Rechtsklick. Startposition festlegen. Spieler und dann neu festlegen. So. Aber wir wollen ja nicht im Baum starten. Weil der stand gerade hier. Deswegen starten wir hier. Und dann kann ich euch das Ganze mal zeigen. Und wie ihr seht, ist das jetzt hier so halb verdeckt, die Figur. Und das ist echt sehr, sehr cool. Und das geht voll automatisch. Und wenn ich das Gras verlasse, ist es halt nicht mehr. Das ist wirklich schön gemacht. Muss ich wirklich sagen. Das haben die sehr, sehr schön gemacht. Dass das so schön funktioniert alles. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr zufrieden. So. Können wir schließen. Können wir wieder ein bisschen weiter mappen. Ups. In den Mapping-Modus wieder zurückgehen. Wichtig. Immer in den Mapping-Modus zurückgehen. Ihr habt hier noch andere Pflanzen. Hier ist Wein, glaube ich. Das ist Wein. Ja. Sieht aus wie Wein. Oder andere Beeren. Ist auch egal. Oder hier Zwiebeln, glaube ich. Sind das Zwiebeln? Karotten? Ich habe keine Ahnung. Karotten. Ich sage Karotten. Und hier ein bisschen Weizen. Wunderschön. Also ihr habt hier wirklich ein paar Möglichkeiten. Wie ihr noch ein bisschen was machen könnt. Können auch ein bisschen den anderen Baum noch platzieren. Machen wir hier einen hin. Und vielleicht hier noch einen hin. Und das sieht auch ganz gut aus. Hier können wir noch einen Baumstumpf irgendwo hinsetzen. Machen wir hier die Wiese ein bisschen weg. Zack. Machen wir hier noch einen Baumstumpf hin. Vielleicht noch einen umgefallenen Baum daneben einfach setzen. Und dann haben wir noch ein paar Steine, die wir noch irgendwo platzieren könnten. Hier oben platziere ich mal einen Stein. Und hier dahinter platziere ich einen Stein. Wie ihr seht, das funktioniert voll automatisch. Er platziert den Stein hinter dem Baum. Das ist so geil. Also das muss ich wirklich sagen. Hut ab an die Entwickler. Funktioniert relativ gut. Nur bei dem Berg funktioniert es nicht ganz. Ihr habt ja auch noch ein paar Kisten. Und so weiter und so fort. Also ihr könnt hier sehr viele Sachen platzieren. Und... Sieht eigentlich ganz gut aus, die Map. Ich denke mal, zu Vorführzwecken reicht das. Ich denke mal, es ist eigentlich alles soweit verstanden. Und... Ja... Hier sind noch ein paar andere Steine. Die kann man auch noch irgendwo platzieren, wenn man das möchte. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir machen vielleicht noch ein paar Bäume hier oben hin. Oben... Sagen wir mal hier so ein bisschen. Oh na gut, das sieht nicht so schön aus, weil er dann hier so auf dem Berg draufsteht. Ist nicht so schlimm. Machen wir es hier hin. Und... Wie ihr seht, sieht das eigentlich ganz cool aus. Aber das Problem ist, hier dann geht es nicht ganz. Ärgerlich. Kann ich nicht so schön einen Baum platzieren. Hm, 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 hm. Das ist nicht so schön. Machen wir es ein bisschen anders. Ist nicht das Problem. Daran soll es nicht scheitern. Machen wir es ein bisschen anders. Machen wir einfach eine freie Fläche. Ähm, dann kann ich hier noch ein paar größere Bäume draufsetzen. Und das sieht dann auch sehr cool aus, denke ich mal. Zack. Ups. Hm. Zack. Wie ihr seht, alles voll cool und schön am Ende. Man kann sehr viel machen. Und sich da richtig austoben am Ende. Und das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Ich finde, wie gesagt, das Teilset vom Ambition Maker wie ein bisschen schöner. Zum Teil, zum Teil, zum Teil finde ich das hier schöner und zum Teil das vom MV. Aber man kann das auch mixen. Muss man halt ein bisschen gucken. Hier finde ich zum Beispiel das Wasser auch nicht so prickelnd. Aber, ja. Es ist okay. Es ist okay. Kann man auch ein Schild platzieren. Ähm. Und, oder machen wir es hier hin. Machen wir mal rückgängig. Und platzieren es hier hin. Hier ist es schön. Ja. Machen wir es da hin. Und den Spieler setzen wir mal hier runter. Und, ich denke mal, die Bäume, ich weiß nicht, die sehen so unterschiedlich aus. Das gefällt mir nicht so. Ich bin mal ehrlich, wirklich. Gefällt mir nicht so. Die sehen so unterschiedlich aus. Die sind hier so unten so dunkel und die sind hier, das sieht einfach komisch aus. Merkwürdig sieht es einfach aus, finde ich. Hm. Hm. Ah, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist es komisch. Vielleicht liegt es an mir, dass ich das irgendwie komisch finde. Ihr könnt ja eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Dazu ist es da. Schreibt einfach rein, was ihr denkt. Was in euren Kopf so vor sich geht. Muss auch nicht immer alles positiv sein. Ähm. Wenn ihr das vernünftig begründen könnt, könnt ihr auch gut und gerne Kritik da lassen. Ich bin kritikfähig. Mehr oder weniger. Ähm. Wie gesagt, wenn sie vernünftig, ähm. Ups. Wenn sie vernünftig formuliert ist, und auch Hand und Fuß hat, dann lasse ich mich auch gerne beraten. Ich bin nicht beratungsresistent. Und. Dann. Ihr könnt auch, wie gesagt, eure Meinung einfach sagen hier. Ähm. So. Wir lassen das jetzt so. Wir machen. Ja. Wir lassen das so. Würde ich sagen. Oder? Hm. Ja. Wir lassen das so. Und gucken uns die Map mal an. Einfach nochmal ingame. Und. Und. Na. Das gefällt mir nicht so ganz, das Stück. Ja. Wie gesagt. Man könnte jetzt immer wieder rein. Weiter experimentieren. Und rumarbeiten. Und so weiter. Und hat sich nicht. Aber dann wären wir nicht fertig. Ähm. Hier unten das Stück gefällt mir eigentlich sehr gut. Das da oben. Na. Sieht nicht so schön aus. Irgendwie liegt vielleicht wirklich an den Bäumen. Dass sie ein bisschen komisch aussehen. Oh. Ich weiß nicht. Die gefallen mir irgendwie nicht so. Finde ich jetzt ehrlich. Die gefallen mir nicht. Hm. Ich setze hier einfach mal ein Stück Berg hin. Ups. Und mache die großen Bäume weg. Dann stören die großen Bäume vielleicht nicht mehr so sehr. Weil das Problem ist einfach der Kontrast. Die Bäume sehen einfach zu unterschiedlich aus. Finde ich ein bisschen. Hm. Ja. Ist wie gesagt meine Meinung. Ähm. Muss nicht jeder teilen. Machen wir es mal. Ein bisschen Wiese hin. Oder? Nee. Auch nicht gut. Dammit. So. Ähm. Machen wir noch ein paar von den kleinen Bäumen hoch. Genau. Setzen wir noch ein paar von den kleinen Bäumen. Auf B war es. So. Zack. Und. Und. Jetzt machen wir hier noch so einen kleinen Busch oder so. Oder machen wir den Berg wieder ein bisschen. Genau. Machen wir den Berg wieder ein bisschen. Ups. So. Ein bisschen nach unten. Oh nein. Was tue ich nur? Ja. Das passiert immer mal wieder. Dass man einen kleinen Fehler macht. Aber das ist nichts Schlimmes. Das kann man schnell mal beheben. Wie ihr seht. Einfach zurückgehen. Einen Schritt. Und dann alles wieder gut. Ja. Machen wir es so. So sieht es auf jeden Fall besser aus als vorher. Also ohne Wenn und Aber. Also das sieht definitiv besser aus. Ja. Die Bäume passen irgendwie nicht zusammen. Finde ich. Nicht so wirklich. Die sehen so kontrastreich aus. Ja. Gefällt mir nicht so ganz. Das zu mischen. Meine ich jetzt. Gefällt mir nicht so. So. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Bin eigentlich relativ zufrieden. Hier so die Ecke sieht sehr gut aus. Was heißt sehr gut? Wie gesagt. Zuvor für Zwecken reicht es. Ich habe jetzt auch nicht ultra lange daran gearbeitet. An diesem kleinen Stück. Das war jetzt. Keine Ahnung. 40 Minuten ungefähr. Sollte gehen. Ich denke mal. Alles ist verstanden. Ja gut. Ein bisschen weniger als 40 Minuten. Da habe ich sogar gearbeitet. Ich habe noch ein bisschen was erklärt. Auf Steam. Und. Natürlich hier auch. Die ganzen Einstellungen. Habe ich auch noch erklärt. Ja. Da haben wir 35 Minuten. Mit erklären. Und. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Wie gesagt. Ihr könnt ja auch noch andere Objekte platzieren. Ihr könnt noch ein Zelt platzieren. Das habe ich beim MV Tutorial gemacht. Könnt gut und gerne auch immer in ein MV Tutorials gehen. Im Großen und Ganzen. Für den MZ gelten die auch. Falls irgendwas für den MZ bei mir noch nicht vorhanden ist. Ach. Wir können noch ein paar Risse in die Wand machen. Das sieht kaum sichtbar. Das ist. Ja. Ich finde die Berge. Die sehen nicht so schön aus. Das war beim MZ ein bisschen schöner. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Naja. Machen wir hier oben einen großen Riss. Einen kleinen Riss. Sieht auch ganz cool aus. Ja. Die hier sieht man eigentlich gar nicht. Die Risse. Das ist. Ne. Hier haben wir ein paar Ranken noch ran. Ach. Das sieht auch schicker aus. Nice. 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 Ja. Das sieht gut aus. Die Ranken gefallen mir. Sehr gut. Ein bisschen Moos hier unten noch dran. Hm. Oder auch nicht. Ne. Das sieht nicht so schön aus. Aber. Egal. Gut. Ja. Ich würde sagen. Wir lassen die Map so. Jetzt sieht es noch besser aus als vorher. Also die Risse und die Ranken haben nochmal viel ausgemacht. Finde ich. Sieht wirklich ganz gut aus. Bin zufrieden. Wir lassen das jetzt so. Wir lassen das jetzt wirklich einfach so. Und. Wie gesagt. Im nächsten Video. Kümmern wir uns dann nochmal ums erweiterte Mapping. Da werden wir dann noch ein paar Probleme lösen. Die es noch gibt. Beim Mapping. Das werdet ihr dann sehen. Aber. Im Großen und Ganzen. Haben wir eigentlich das Wichtigste gelernt. Aber. Wie gesagt. Noch ein paar. Erweiterte Mapping Funktionen. Lernen wir dann noch im nächsten Video kennen. Und. Dann werden wir uns. Dann auch schon. An die kniffligen Sachen wagen. So langsam. Also so langsam. An die Sachen wagen. Wo die meisten Anfänger eigentlich die größten Probleme haben. Das werdet ihr dann sehen. Wenn es soweit ist. Aber. Fürs Mapping. Erstmal. Sieht das eigentlich sehr gut aus. Wichtig ist. Wie gesagt. Immer. macht. Macht schön viel Objekte rein. Klatscht es relativ voll. Nicht überfüllen. Also. Schon ein bisschen freie Fläche lassen. Also nicht. Es muss nicht jeder Zentimeter hier voll sein. Aber. Macht es schön voll. Sonst sieht es einfach unglaublich leer aus. Es ist einfach so. Sieht unglaublich leer aus. Das ist so ein großer Fehler. Den viele Anfänger machen. Sie machen. Viele. Große. Leere. Maps. Und die sehen. Absolut langweilig aus. Meistens. Und. Das ist ein Tipp von mir. Gebe ich euch direkt am Anfang. Macht schön. Viel. Reihen in die Maps. Haltet sie möglichst klein. Die Maps. Oder. Wenn ihr große Maps macht. Macht sie. Aber. Auf jeden Fall. Mindestens. In dieser Qualität. Mindestens. Mindestens. In dieser Qualität. Wenn nicht sogar besser. Es ist. Besser geht immer. Aber das ist. Eigentlich schon. Mindest Standard. Also das. Erwartet man. Wenn man so ein Spiel startet. Also. Wenn die Map. Nicht so aussieht. Wie hier. Sondern. Wirklich komplett leer. Und langweilig. Dann werden. Manche. Euer Spiel schon ausmachen. Und nicht mehr weiterspielen wollen. Und. Das wäre wirklich schade. Also gebt euch da ein bisschen Mühe. Hängt euch rein. Am Ende. Wenn ihr. Keine Ahnung. Eine Stunde pro Map braucht. Und. Weiß ich nicht. 20 Maps macht. Für euer Spiel. Dann habt ihr zwar 20 Stunden gebraucht. Aber. Am Ende hat sie es wirklich gelohnt. Glaubt mir. Am Ende hat sie es gelohnt. Und lieber. 20 schöne Maps. Als 100 hässliche Maps. Es ist wirklich so. Gut. Tschüssli. Das war es soweit von mir. In der Videobeschreibung sind noch ein paar Links. Wie ich bereits am Anfang des Videos gesagt habe. Da sind ein paar Links. Da könnt ihr mich kontaktieren. Und. Da findet ihr dann auch. Wie gesagt. Die. RPG Maker MZ Gruppe. Von Steam. Könnt ihr gerne mal reinkommen. Würde ich mich freuen. Könnt ihr euch austauschen. Und. Natürlich. Auch. Der. RPG Maker MZ. Ist natürlich dann auch. So. Ich mache mal den Stream wieder zu. Ist natürlich auch zu finden. Gut. Auch. Wie gesagt. Die. Ähm. Habe ich es nochmal hier irgendwo. Ja genau. Auch. Diese Seite werdet ihr finden. Exakt diese Seite. Und dort. Könnt ihr dann. Die. Free Trial Version. Also die kostenlose Demo Version. Runterladen. Komplett kostenlos. Und mal ausprobieren. Das Ganze. Vielleicht gefällt es euch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt ihr nie wieder. Guckt keine Videos mehr von mir. Auch kein Problem. Wenn es euch nicht gefällt. Gefällt es euch nicht. Und wenn es euch gefällt. Abonniert mich. Ich versuche die nächsten Tage. Und Wochen. Alles mögliche. Mit RPG Maker MZ zu machen. Und. Wenn ihr das Video hier seht. Gibt es vielleicht schon weitere Tutorials. Ähm. Dann werden die jetzt. Denke ich mal. Eingeblendet von mir. Werdet ihr gleich sehen. Gut. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe ihr. Hattet Spaß. Und habt ein bisschen was gelernt. Das war es erstmal. Fürs erste Video. Tschüssi. 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 Vielen Dank.